Hallöchen liebe Freunde und Willkommen zurück zu Seconds Row 4! Hallo! Mit dem Yu-Gi-Oh! der sich ein bisschen umgestallt hat, weil er sozusagen neu anfangen musste in unserer Version hier und deswegen hat er auch nicht die ganzen schönen Fähigkeiten, die ich hab. Ja, aber ich kann immer noch Autos aus dem Weg schieben. Das ist gut, das ist auch die Hauptsache. Bär! Mach mal die Dubstep und ich kann sie jetzt leider nicht benutzen, sondern ich kann mich nerven, deswegen musst du mich jetzt sagen. Ist cool. Wie der Fall abgeben, direkt losballern. Alter, guck mal, der kommt, was hat? Niederschießen! Wow! Wollen wir ein paar gute Missionen machen? Ja, du musst ja ein bisschen Geld verdienen, jetzt wo du aus dem Ghetto gekommen bist oder so. Ja, ich bin jetzt von der Straße, ich weiß, er bin ein Junge von der Straße. Dann hab ich mir das Auto hier, das kann man gleich mal speichern. Zack, Insel Hood. Soll ich dich abholen? Ja, hol mich ab. Ich lauf' gerade ein bisschen in Amok. Also das ist positiv gesehen, bitte. So, da bist du. Gibt's positives Amok? Glauben Sie ein junger Mann? Ich lauf' gleich Amok. Ach so, das bist du. Ja, steig mal ein. Bin noch gerade verfolgt. Oh, scheiße! Ich frage mich wegen wem. Ich mach' sie fertig. Ich mach' sie fertig. Außer schon mal fertig. Die sind irgendwie gegen was gegengefallen sind. Wollen wir jetzt diese Stadtssachen machen, wo wir ein bisschen was freischalten, oder wollen wir jetzt komplett Missionen, also neben Missionen machen? Wir können neben Missionen machen, können wir es freischalten. Da ist der Schnapp. Wo? Alle Gollen. Yeah! Haha. Hab richtig Spaß am Ballern. Bannermann. Sind ich auf'n Ballermann? Ja, wollte grad sagen. Wir stecken aus und würden den Schnatz. Ah! Ich muss aussteigen. Yeah! Ich war bei Ihnen nicht. Noch nicht. Aber gleich. Demnächst. Im Kino. Nein! Damn you! Damn you! Ich hab' ihn! Sehr gut! Irgendwie hab' ich ne' Schleife. Ne' Schleife? Ja, der tut das, ey, die ganze Zeit immer wieder. Ähm, Sekunde. Das ist schon mal super. Ich kann auch nix tun. Siehst du das? Ja, ne, du stehst halt rum und fliegst mit der Kugel rum, quasi. Ja, das ist, ey, wie, eigenartig. Ich bin auf dem Weg. Ah, jetzt. Ne, ich hab' die ganze Zeit wieder auf E gedrückt, deswegen. Ah. Ah, Mann, dann lass mich jetzt einsteigen, du. Musst die Waffe wechseln. Aber, ne, es geht so gar nicht. Oh, du hast noch einmal. So, was gibt's denn hier? Haben wir hier zufällig irgendwas? Ne, das können wir nicht freischalten. Schade. Ich guck' mal auf die Karte schnell. Da können wir hier mal was klar machen. Na, wir machen was klar. So, wir sind jetzt dort. Dann wäre dort ein Tempospalt. Oh, ein Tempospalt. Ja, das hört man gerne. Ach so, Tempo. Dann machen wir mal Tempo. Tempo-Taschentüte. Und fahren zu dem Spalt und machen nicht schon wieder Stress hier. Wir kriegen schon wieder die Bullen auf dem Hals. Wir haben gerade den scheiß Schnatz gefunden. Und er fängt sich schon wieder an zu ballern, ey. Wahnsinn. Hä, das macht Spaß. Du weißt, dass dann wieder die bösen Monster kommen. Ah ja. Und uns Böses wollen. Was ist denn Mr. T? Wir sind ja bei Mr. T. Wir sind ja bei Mr. T. Ich esse gerne Nachtelf-Käse. Was, Nachtelf-Käse? Ja, Nachtelf-Käse. Oh Gott. Was ist denn jetzt wieder los hierfür? Scheiße. So, ich parke. Ah, ich spring raus. Ach, ne, doch nicht. Oh, scheiße. Das war nicht geplant. Scheiße. Okay. Du hast ihn eingeparkt. Ich seh schon. Gut, ne? So, hier ist... Oh, der ist, äh, äh, nix. Der ist nix. Warte, ich komm mal hoch. Ich will, ich will, ich will da rein. Oh Gott. So, ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ach, das. Das kenn ich auch. Was ist das denn? Die Dinger einsammeln und durch die Welt rennen hier. Oh, ich renne durch die Welt. Und nicht ins Feuer laufen oder irgend solche Sachen. Aha. Ach so, übrigens an meine Leute, ähm, Facecam ist leider gerade nicht. Ich hatte gerade ein paar Probleme damit. Und jetzt. Deswegen gibt es jetzt erstmal keine Facecam. Aber... Stunden lang dran gesessen und versucht, dass wir hinzukriegen. Was hat denn? Klappt. Ganze fünf Minuten. Zwei Minuten. Genau. So. Ja, dann hat mir mit keinen Bock mehr. Also rennen und äh, alles einsam. Ja, kriegen wir hin. Ja, sehr. Schnelle. Geht so lang. Fafafafolo. Ach Gott, das ist tricky. Folo, jo, de de, de, barbie, äh, das reingelaufen. Ja, ins Rohr. Ah, ah, hier ist es okay. Ich bin gerade aus gesehen drüber. Ich finde es gut, dass du vorläufst, dass du da mal reinläufst. Ja, danke. Ich bin aber langsam, hab ich das Gefühl. Ja, ich nicht. Ich nicht so. Oh, ja. Alle Ziele mitgenommen, sehr schön. Danke. Ja, danke. Ich will es dem Yukio nur ein bisschen leichter machen, deswegen lauf ich da rein. Turboaktiviert. Ah, wie geht das hin? Mit RT? Mit linkem Maustaste. Ah. Wow. Das war knapp. Das ist ziemlich rot da. Da werde ich ja rot. Nein. Jetzt lass du vor. Anscheinend. Ich habe mich nicht verpasst. Nein, ich bin jetzt gar ganz gut. Oh, das ist tricky, eh. Ganz ehrlich. Dürfen wir die roten nicht einsammeln? Doch, alles einsammeln. Ach so. Man, ich dachte, wir dürfen roten nicht einsammeln. Du meinst, nur weil ich da aus Versehen vorbei... Ja. Das ist der beste, du hast. Scheiße. Das ist übrigens nicht gelogen. Ich bin total scheiße. Boah. 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 Yeah. Turboaktivated. Boah. Boah. No. Then we're trying to sleep. Boah. Boah. Uu unicorn ist ein gratt ... und zur Integration sind Careful Keban. Boah. okay weißt du was worauf ich mich freue wenn ich für den pc rauskommt oh ja irgendwann ist soweit also wenn dann werde ich auf jeden fall gta online spielen also bei mmo gr kann man es ja schon kaufen okay dann heißt es auf jeden fall auch dass es kommen und sie sagen ende 2013 aber das ist ein bisschen platzhalter ja wir können ja mal gucken also ich werde auf jeden fall geht ja online spiel was ich wie das bei dir ist online weil ich noch nicht ja online das wird doch auf jeden Fall Spaß machen besonders wenn die das spielen würden also gerade läuft sehr richtig mies ja es ist aber mal es ist jetzt sehr stark noch das ist auch okay ich weiß aber noch noch gefällt mir das nicht so und wir haben sie noch lange Zeit ich hoffe mir dass es bis dahin ganz gut aussieht sag ich mal ja so wir haben konnte glaube ich nicht unter und fall und all den ist nicht das beste gewesen aber wir haben es geschafft 2.000 bargeld und so gut und vergiss nicht du kannst zwischendurch diesen optionen da das geld abrufen weiß noch okay ja ich bin ja wieder wieder ganz am anfang wie gesagt weil ich war ja ich hatte Probleme ich habe mich immer noch aber nur Probleme nur Probleme nur Probleme ja kein Problem obwohl ich hier auch mal ein Bargeld abholen wo denn na da wurde wo die Karte angezeigt wird und und die Kräfte auswählen und so weiter dort ist ganz unten in der Mitte kannst du da Bargeld abholen ich sehe es nicht im Menü und wie komme ich darauf also ich sehe schon jetzt ist schon was ich machen wir haben auch schon so viel Prozent ein das ist schon Prozent überwiesen gehabt es sind ja ich habe nur 116 50 kommen ich mache mal hier aber gucken Aufträge Werder Werder Kräfte ich muss mal bei Kräfte rein kann ich super Sprint mal ein bisschen auf Level was hat mir übrigens noch gar nicht geht weil ich ja so gut bin weil ich noch nicht genug Daten so benötige Stufe 2 damit du Bescheid weißt ich muss mal aufsteigen ich wollte auch schon mal auf dich hier wo denn äh hier den Wegladen ne 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 diesen Weg guck auf die Karte yes wo ich nehme mir einen ok ich bleib direkt hinter dir was bestand ist ok boah da geht gut ab der Wagen hier so 200 Meter noch sind wir schon da ach guck mal da ist noch ein Unruheherd den können wir noch vielleicht mal machen hier warte 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 was war das denn ich bin über dich hier weg ich stehe eindeutig über dir ich packe mal meinen Wagen hier an der Seite nicht dass der noch kaputt geht na warte mal bei dem Gefecht hier bist du bereit? was ist denn der Unruheherd? es ist kein Unruheherd das ist Sicherheitslöschung was hast du noch? das ist ok oh scheiße Unruhe Unruhe ich glaube das ist gar nicht hier guck mal wir müssen zu dem Dreieck da hinten ah ok fliege ich mal hin warte auf Zielperson ach da wieder was ist das denn what the fuck was ist das? ein Minecraft Typ oder sowas äh ah nein die will kein Minecraft Typ hier obwohl man das ist cool boah ich hab hier zwei oh yeah vollgepft ne ich glaube nicht dass das irgendjemand zählt das ist ein bisschen blöd na also ich würde gerne das mal meiner ich mal mein trick untermachen boah hoho ich bin gleich doof wenn das so weitergeht was hat denn für eine knare? fack mich nicht ab oh 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 hat das jemand hinter dir? ich geh mal hier guber hatte 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 hätt fahrradkette äh äh ich bin bis tot wo sind wir? du bist tot? ja warte 30 Sekunden bis zur Wiederbelebung bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter viel viel weiter was ist denn los hier oh ich kann mich mal beschützen ich dachte, ich würde mit Freude da oh schade, ich dachte, ich schaff's noch den Sprung Wengi, machst du den da? der ist gleich tot hier ja, lasst du Zeit ich kämpfe mal gegen die anderen hier ich bin ja auch von der Straße, ich kann das in der Hood erledigt so, wenn hätt' du gut gemacht ach, das warst du schon? gab da jetzt ein bisschen Kohle oder was war da jetzt? naja so, jetzt muss ich mal meinen Wagen wiederfinden ich weiß gar nicht, wo der ist ach, da weißt du doch wo der, ah, pass auf ach nee, wir haben schon das nächste lade den Virus hoch das ist auch hier auch unter der Brücke hier noch Mann liebt oder jetzt? ich komme zu dir ach, dass mit den Wellen wieder okay, was auch der Kopf ist die perfekte Welle was das denn? und dort und dort und irgendwelche komischen Figürchen ich bin still standin' ich geh übrigens immer noch oah, da steh' ich nicht so drauf das war nur eine Rakete oder was? mir hab' ich die zur Verfügung das ist natürlich doof ne, du ich weiß gar nicht so richtig, wie wir hier umbringen sollen ich glaube alle nicht, ich glaub' alles, ja was ist hier los? ich glaub' die Hotdogs müssen wir killen kill die Hotdogs ich hab' keine Money mehr gleich ich hab' keine Money mehr gleich lass' mal aufräumen hier ich hab' kein Leben jetzt da drüben ist ein höchstes Fahrrecht mir geht's hier ja nicht mehr gut ja, nicht mehr schnell Leben holen ich brauch' auch Leben ich versuch' mich hier grad zu verstecken ich versteck' mich ja immer sehr oft pass auf, da ist ein Saints-Wagen was bist'n du eigentlich? hier oben was bist'n du eigentlich? hier oben